youtube was gedacht hier soll nur wie und ich begrüße euch hier auf meinem channel natürlich mit triple ps meine freunde ja ich stehe hier am bahnhof und wart bis meine straßenbahn kommt und überhaupt keine ahnung doppel cool ist die zeit mal mittelfinger die lösung ich glaube die mögen mich nicht die können alle mann formate nicht weil du mich doch nicht übersehbar also ich kann meine ansage an nur wie sohn du fütter fieser fett sagt macht videos über mich geht jetzt nicht videos verstehe ich einfach nicht und das so cool man wird noch scheiß alle habe ich 1000 prozent cool ist die studie und habe ich gesponsert bekommen ja von meinem neuen partner keine angst wird kein produkt placement also guck mal der autos von hier im bahnhof jetzt ja gemacht alle mittelfinger was hier los versteht diese scheiß welt nicht mehr alle nur einfach zu schicken und geilen kanal ich habe hier schon fast eine viertel million abo nein hater hater genau fast eine viertel habe ich schon am start und ich denke an der typ ist doch behindert wiederum noch jemand in der hand was hier ungefähr auf dem bahnhof ich weiß bescheuert haben was neues probiert naja ok ich bin mit dem hund unterwegs habe schon sicherlich festgestellt der ticke ist mit dem hund unterwegs mache ich mehrmals am tag alles nur abzunehmen irgendwie oder dass mein körper irgendwie noch ein hauch von fit nach dem haufen chance hat ein bisschen noch fit zu bleiben auch wenn du nicht mal viel geht jetzt zurzeit auch der riesen lkw wo ist das scheiß ding hier ist er ja der biegt ab zu mir an hier biegt er hat genau und er guckt und er guckt der fahrer guckt denkt ja was läuft davon einzeln wird sagt bevor ich du arschloch sorry aber sein audi audi a80 kommen die neben ein alter a4 80 werden auch in der lese alter an sich auf hier was machte er kürzt blöd leider seht ihr das jetzt nicht aber was man bekommt noch so ein paar ausschliche was noch ja der bautrupp kalt vor nur machen alle klotzen die blöde ja ja und der oder im franziger alter a3 achten was neueres aus dem fluchten spaß aber 83 steht auf 65 ja 350 da haben wir so kammer anzeige hier in meinem in meinem hut habe ich alles installieren lassen damit ich mir sehen nicht im hund umlauf wie schnell diese spaß des jahren gedonnert kommen ich muss euch mal zeigen da vorne ist der hammer ich gehe hier mehrmals am tag spazieren ich glaube ich hier auch so schütteln und aufpassen die hunde scheiße trete und hat wird tatsächlich da vorne haben wir es den bürger steckern liegt ein riesiger scheißhaufen ne leute ich war das nicht ich war wie ein bisschen wird für normalen menschen naja fast normaler menschen ich bin ich bin außerhalb der norm bin ich von dem klo gewesen und hab den dreck da kann an die station gespendet das passt mal um ich heute nicht wenn die hohen ob ich finde sie sehen das war kein hund meine freunde ich hoffe etwas sehen können man ist alles hier schwach blödes handy ja vielleicht noch ein bild alle meine freunde ich bin raus bis dann tschüss ob die haus